Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Borse Malattes 2015 Mit mir und dem Florian Hallo Bist du jetzt wütend auf mich? Nö Ich hatte ihn jetzt gerade extra dahingestellt Und dann hast du den genutzt Ja ok ok Das war jetzt gerade scheiße Aber du kommst eh nicht da drauf Du bist ja eben hier immer weggefahren Aber das fand ich jetzt gerade ein bisschen scheiße Ich hab die Sachen Dann warst du doch da drin Und dann bist du dann weggefahren Und ich hatte ihn extra dahingetan Und das fand ich dann ein bisschen doof Und jetzt möchte ich einmal hier weg Und jetzt möchte ich einmal hier weg Und jetzt können wir ihn einschalten Und jetzt nachdem ich das Ich habe das Gefühl, wir spielen mehr mit den Autos herum als die Mission zu machen. Das ist... Das ist... Wo bist du jetzt eigentlich? Bei der Baustelle. Was machst du da? Nach Rassarati abstellen. Und dann komme ich nach dir. Das ist ein bisschen auch so. Ein bisschen auch so. Ah ja! Wo bist du? Auf dem Weg zum Baustoff jeden Fall. Ach da kommst du. Ich mag nur ein paar Jahre. Mal ein paar Jahre. Fall ganz schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020